so hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ich bin zurück mit battlefield 5 und einer kleinen news und zwar kommt der firestorm modus der battle royale modus für battlefield 5 kommt am 25 märz raus und dazu wurde auch ein kleiner trailer veröffentlicht den verlinke ich euch unten in der video beschreibung und des weiteren gibt es jetzt auch eine neue woche oder besser gesagt die letzte woche der tides of war denn am 21 märz endet ist er und dann wird es wieder eine neue tides of war geben also einen neuen abschnitt und hier seht ihr jetzt da müssen wir killhilfen machen bei fünf gegner dann gibt es setzte fünf mal rauch ein als sanitäter muss man oder als versorgungszollat 2500 punkte machen dann muss man verstärkungs fahrzeuge anfordern sagen wir hier rush frontlinien oder luftlandung drei scharfe ziele entschärfen ein ziel scharf machen dann 500 schaden mit schusswaffen mit spreng setzen schaden machen team kameraden beleben dann muss man zwei ziele in rush frontlinie unter luftladung zerstören mit einem trupp dann muss man 200 kills oder trupphilfen machen und dann könnt ihr euch den j u 88 c freischalten das flugzeug und falls ihr diese woche nicht schafft könnt ihr den dann auch danach freischalten als separaten freischaltung punkt und ich bin wirklich gespannt was sie dann als neue tides of war machen denn es ist jetzt noch sechs tage und dann wird es eben eine neue tides of war geben ich bin sehr gespannt was da kommen wird rush ist auch noch verfügbar im spiel das könnt ihr auch noch spielen habe ich euch ja schon mal eine runde gezeigt auf den drei maps verbogener stahl vernichtung und navik ist richtig cool der modus und es wird wie gesagt dann noch firestorm dazu kommen am 25 märz und ich bin da auch sehr gespannt drauf da wird es auch ein wieder dazu geben bei mir und ich hoffe ihr schafft die freischaltungen in der letzten tides of war woche ist nicht allzu schwer was hier zu machen gilt aber ist eigentlich alles ziemlich straightforward das sollte man eigentlich schaffen und man kriegt dann dieses flugzeug finde ich ganz cool und es sind auch schon ein paar waffen im spiel aufgetaucht die eventuell dann in der nächsten tides of war kommen also zum beispiel die matzen aus battlefield 1 und viele andere waffen wurden dann noch gefunden können wir gespannt sein was dann noch kommt und ja in firestorm zum beispiel was auch im trailer gezeigt wurde wird man zum einen auch helikopter fliegen können ein helikopter der im zweiten weltkrieg als prototyp verwendet wurde richtig richtig cool kann man komplett mit seinem truppen natürlich auch drin fliegen und dann wurde auch gezeigt dass es verschiedene artillerie schläge gibt die man anfordern kann und dass es auch einen speziellen panzer geben wird den man in der map finden kann da muss man dann eine tür öffnen und wenn man den panzer dann findet da hat man dann klar viel überlegene feuerkraft und es soll auch so sein oder zumindest wird es bisher vermutet dass die fahrzeuge dort benzin brauchen das heißt man wird da nicht unendlich rumfahren können mit fahrzeugen sondern man muss da auch darauf achten dass die immer benzin haben und schaut euch auf jeden fall mal den trailer unten in der video beschreibung an dort seht ihr dann mehrere infos und wenn dann der ja wenn dann der patch kommt mit dem dlc oder mit dem modus werde ich den dann auch spielen und euch dann in einem gameplay zeigen ja das ist so ziemlich alles zu den news hier die ich sagen kann die ersten infos zu firestorm und der letzten teils of war woche und dann danke ich euch wie immer fürs zuschauen wünsche euch weiterhin viel spaß mit battlefield 5 und dann hören wir uns im nächsten video wieder bis bald euer monster